Und hallo, willkommen zurück, ja, ähm, ich hab's vermasselt, aber so richtig fett vermasselt, ich ärgere mich darüber, ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, was da drin war, ich weiß nicht, ob man's wieder, also ob man's irgendwie bekommen kann, irgendwie, anderweitig, ich glaub, da muss ich mal nachrecherchieren, und ja, komm, um einfach mal, äh, die Laune zu bessern, schauen wir uns doch mal die neue Peitsche an, die kann ich tragen, das ist ganz gut, nehme ich mal, die stimmt ja aus, oh, und mal gucken, was die so alles kann, Ah, ja, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mal, okay, und der schwere Angriff, oh, ein Rundumschlag, okay, Die Peitsche irgendeine Kann die irgendwas Besonderes oder so Aufschlagen Okay Ja, das ist die Peitsche, kann sie eben so ein, nein, kann sie nicht, okay, Ja, ähm, wegen der Kristallechse schaue ich mal, aber die nächste, die wir sehen, die ich sehe, die krieg ich auf jeden Fall, glaube ich, Ach, Mann, ist das blöd, Aber ja, kein Problem, alles wird gut, hm, Äh, Ja, weiter geht's, äh, woher muss ich jetzt, Auf jeden Fall rechts über die Brücke sackte Blämo, Äh, und hier, Was ist da? Oh Okay, da ist Nebel, Das sieht schon mal sehr gruselig aus, Juhu, Das ist dein Feind, Und da ja Okay, okay, Nice, ha, Boah Ui Der 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 Soll ich mal versuchen, den zu parieren? Nein Alter Nein Alter Boah, reg dich ab, Junge Ich hab hier die Exifarmastisch, nicht du Ich hab hier die Exifarmastisch, nicht du Man, an sich abgeregt hat, boah, Er macht keine halben Sachen, okay, der ist gefährlicher, auf den sollte ich mehr aufpassen, äh, Oder einfach mehr parieren, meistens, Ich hab hier, Ich hab hier in Kiel, Und hier in Treaktion, Ich hab hier in Kiel, Auch hit und die Kiel, Ich hab hier in Kiel, Ich hab hier in Kiel. Ich hab die überhaupt nicht gesehen. Ah! Toll hätte ich das gewusst, ne? Oh. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee war. Ach, krass. Ach komm! Steh auf, Mann. Sehr gut. Ach komm! Um die Ecke? Ist das denn ernst? Um die Ecke durch. Boah. Nein. Das gibt's doch nicht. Ich geh auf. Oh, oh. Das ist meine Chance. Das war's. Das war's. Wenn ich mich schon wieder vermassle, so wie jetzt gerade eben. Oh mein Gott. Ah, läuft bei mir in letzter Zeit irgendwie nicht. Hm. 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 das war's. Davon. Das war's. Krimpskram komm her Oma No Gut, komm ich halt hier hoch Toll Ey Ey, komm nicht durch Yeah Nein, ich höre nicht wieder in diese Ecke Toll Toll Ach komm Oma Wenn ich dich nenne so keine Ahnung Das gibt's doch nicht Ich sollte Nein Ey weh, das ist doch nicht die Möglichkeit Immer wenn ich irgendwo stecken bleibe Oh Mann So ist es jetzt aber schnell hier Oh Nein, nein Komm ich ja nie weiter Ja 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 Hä ja komm ich kann nicht wegrollen ja umarmung schmusi schmusi zum dritten mal hintereinander oh ey man kommt auch an der fetten richtigen stuf ist das ding dort ah danke den zu verhalten da fängt sie denn nicht herbe hey ah wo bist du jetzt wow toll das ist doch das ist doch oh 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 ja oh 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 Ey, dass die immer so einen Rückstoß hat, ne? Ah, endlich! Halleluja! Ah. Äh, ey. Fett, Fett. Lina. Keine Ahnung. Bettina. Genau. Boah. Missionare. Höchste Religion. Wie auch immer da jetzt gerade die Leid darunter gerutscht ist. Keine Ahnung. Aber hier bin ich jetzt... Ja. Hier habe ich alles? Nein. Moment. Stimmt ja, hier habe ich nicht alles. Da war ja das eine Ding. Ja, genau. Ah, die Echse ist wieder da. Ich bin wieder so ein Demlack. Ich bin wieder so ein Demlack. Komm, 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 Mann. Oh mein Gott. Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal. Ah. Ah. Hat die, hat die Augen am Hintern oder was? Riecht die mich mit ihrem Rücken? Keine Ahnung. Stinke ich? Ah. 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 Oh. Vor allem, die, die merkt... Die, die nehme ich auch nur wahr, wenn die sich bewegt, ne? Ich meine, hier zu stehen und die zu sehen, wie die blauen funkelt... Nee. Reicht mir nicht. Ich, ich theoretisch, ich sehe nichts, was dich nicht bewegt. Mann. Was sagst du? Rostige Münze! Wow! Na gut, na mal... Schauen wir mal, was die rostige Münze wird. Tamale vor vorübergehendes verbessertes Hintergrund. Tamale. Pfff, okay. Untoten Jäger haben und entblockiert bedingt Estos Regeneration. Oh! Okay. Gut, aber sonst sind wir hier fertig, ne? Kein Zug. Gut, dann weiter nach vorne und... Ja, weiter geht's in der nächsten Folge. Tschüss!